Guten Abend, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, die ich öffne nach dem Spiel der DKB-Handball-Bundesliga bei uns in der Merkur-Arena. Das Spiel Thyssen-Lümböcke gegen MT Melsungen, Endstand 19 zu 30. Wir hatten 1829 Gäste heute bei uns in der Merkur-Arena. Ja, heiße willkommen die Damen und Herren der Presse und natürlich die beiden Trainer. Zu meiner Linken Michael Roth, Trainer von MT Melsungen. Gratulation schon mal, Michael, zum Sieg heute bei uns in Lüböcke. Und zu meiner Rechten unser Trainer Goran Sutton. Michael, dein Statement zum Spiel. Erster Sieg seit über acht Jahren, ich habe es mal nachgeschaut, bei uns in Lüböcke 2007 war es. Und dann gleich so deutlich, ich denke, da müsste die Laune wahrscheinlich ganz gut ausgeprägt sein bei dir. Ja gut, ich bin ja erst fünf Jahre hier. Also mit Melsungen. Die drei Jahre vorher waren aber auch schlecht, glaube ich. Ja, was soll ich sagen. Es war eine überragende zweite Halbzeit. Wenn man 20-8 eine Halbzeit gewinnt, dann kann da nicht viel schiefgelaufen sein. Es war auch nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu erwarten, weil wir sehr, sehr schwierig ins Spiel gekommen sind. Wir haben den Rhythmus noch nicht gehabt. Nach der 14-tägigen Pause waren auch die Woche über Spieler, die angeschlagen waren. Wichtige Spieler wie Rück- und Mittelspieler, die nicht so lange mittrainiert haben. Und da hat man gemerkt, da fehlt die Abstimmung. Und da haben wir einfach auch zu überhastet gespielt. Wir haben einfach auch dann hinten, denke ich, ganz gut gedeckt. Aber die Lübecker und Nellstädter haben dann von unseren Fehlern gelebt erst mal. Und ja, und dann haben wir in der Halbzeit ganz ruhig analysiert und haben dann auch ein paar Umstellungen gemacht. Wir wollten noch die ersten Minuten 5 plus 1 spielen, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Und dann zurückgehen auf 6-0, wenn vielleicht die Lübecker ein bisschen müde sind, dass wir sie dann auch zu Würfen zwingen. Und die Einwechslung dann auch nochmal von Bomm-Huwer nach 45 Minuten, weil Altenauer hat gut gespielt, aber es war dann nochmal ein frischer Mann da und Selin hat mir auch richtig Gas gegeben von außen. Und auch Inic dann zweieinhalb Zeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Es war eine insgesamt tolle Mannschaftsleistung. Und wir wussten natürlich auch, wie angespannt die Lage hier ist, dass die Nerven schnell blank liegen in so einer Situation. Wir wollten natürlich dann auch das Spiel nicht so lange offen gestalten, sondern in Führung gehen. Weil dann fängt man an nachzudenken als Mannschaft, wenn man ganz hinten drin steht oder Punkte. Und das hat man dann auch gesehen, dass die Mannschaft immer mehr dann das Selbstvertrauen verloren hat und wir immer mehr in Selbstvertrauen gewonnen. Und so kam dann der deutsche Sieg zustande. Ich bin sehr glücklich, weil es immer undankbar ist, wenn man zum Gegner fährt, der keine Punkte hat. Dann erwartet jeder natürlich auch einen Sieg. Und wir wissen aber ganz genau, dass die Mannschaft viel mehr Potenzial hat, wie sie im Moment abruft. Und deswegen sind wir froh, dass wir das heute nicht erleben durften, dass wir die Ersten waren, die Punkte lassen. Von dem her geht es für uns jetzt weiter und ich bin sehr glücklich über diesen Ausgang des Spiels und hoffe, dass Goran mit seiner Mannschaft die Kurve kriegt. Und dann auch hier mal Punkte holen. Dankeschön. Danke, Michael. Goran, deine Erklärung, deine Sichtweise des Spiels heute Abend gegen Melsung. Ja, Michael, Glückwunsch zum Sieg. Wir haben Michael schon gehört, hat schon Spielfilme relativ genau beschrieben. Wir haben sicherlich in der ersten Halbzeit deutlich besser ausgesehen als in der zweiten Halbzeit. Aber mich ärgert, dass wir auch in der ersten Halbzeit in der Schlussphase nicht mit einer deutlicheren Führung in die Pause gegangen sind. Und da waren zwei klare Chancen, unter anderem auch sieben Meter und zwei beziehungsweise drei technische Fehler, die uns verhindert haben, in so einem Spiel mit drei beziehungsweise sogar vier Toren in die Führung zu gehen in die Halbzeitpause. Und dann kommt der erste Knackpunkt im Spiel, beginnt der zweiten Halbzeit, doppelte Überzahl und wir spielen da 1-1 und kassieren selbst auch eine dumme Zeitstrafe. Und das ist etwas, was für Qualität spricht, beziehungsweise fehlende Cleverness in solchen Phasen, dass wir nicht über die Leistungsträger Abschluss suchen in dieser Phase, wo wir zwei Mann mehr haben. Und das ist sicherlich ein psychologischer Moment, was in unserer Phase, wie Michael schon sagte, dann liegen die Nerven wieder blank. Anstatt dann Zusatz, Selbstvertrauen zu gewinnen, gehen wir dann zu Beginn der zweiten Halbzeit im Überzahl in den Rückstand. Und dann haben wir auch nicht mehr die Unterstützung im Tor gehabt, die in der ersten Halbzeit präsent war. Und so kommt dann Tor für Tor mehr für Melsungen. Und dann ist man als Trainer gezwungen, zu rotieren, zu umstellen. Und das geht manchmal gut auf, manchmal eben nicht. Das Zurückgehen auf 6-0-Abwehr von Melsungen war eigentlich nicht gut für uns, obwohl man mit mehr Problemen gerechnet hat, mit offensiven 5-1, was die in der ersten Halbzeit gespielt haben und was Melsungen eigentlich überwiegend in dieser Saison gespielt hat. Und da haben unsere Rückgräume mit ein paar Ausnahmen nicht nötige Mittel gefunden haben, beziehungsweise sind dann Südostrand gescheitert, so dass diese Fehlwürfe auch die eine Einladung für Tempo-Gegenstoße waren und Marcelin und Baumhuber dann auch ein paar einfache Tore machen. Mich ärgert auch, dass wir ihn so hoch verloren haben, weil man hat auch gesehen, sobald der Rückstand wächst, dass wir gelähmt werden. Und es ist sicherlich wieder einige Probleme in der Abwehr zu finden, vor allem, wenn wir wieder 6-0 spielen mussten. Am Anfang hat eine defensive 5-1 mit Borosan auch vorgezogenen gut ausgesehen. Der hat sich auch zweimal verletzt in diesem Spiel, so hat er auch diese Abwehr daran gelitten. Und dann mussten wir auch viel probieren, mal 6-0, mal 4-2, mal 5-1, aber das sind so alle Verzweiflungsversuche gewesen. Also, es ist ärgerlich, es ist enttäuschend. Man kann heute auch das schönreden, M.T. Melsungen ist eine spitzen Mannschaft. Wenn ich mich nicht täusche, wieder Tabellenplatz 2 mit diesem Sieg. Das heißt, ein Champions-League-Teilnehmer, aber ich kann das nicht schönreden. Also jetzt müssen wir handeln, und zwar schnell, und ich hoffe, dass wir spätestens Ende dieser Woche auch handeln können. Dankeschön, Goran. Was meinen Sie mit dem Handeln gemeint ist? Ich denke, diese Mannschaft braucht mindestens noch einen Spieler, der uns vor allem in der Abwehr helfen kann. Gibt es weitere Nachfragen oder weiteren Informationsbedarf für den Moment? Nicht der Fall. Die Parallelergebnisse von heute Abend. TSV Hannover-Burgdorf gegen den SCD HfK Leipzig 25 zu 31, Bergerschad C gegen HBW Balingen-Wallstetten 30 zu 35 und TBV Lemgo, VfL Gummersbach 26 zu 20. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen gute Heimfahrt, alles Gute für die weitere Saison. Schönen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.